Ah, das ist sick, ist das krass. Wir haben schon 1,5 Liter Bier drin, um 13 Uhr. Das ist ja alkoholfrei, oder? Nein, das ist kein Alkoholf. Sieben Euro bezahlen, also mit kaltem Kaffee. Das ist mir aber fast geglaubt. Wir haben es geschafft. Tourstart für immer Freitour mit Saltatio Mortis. Heute erste Location in Luxemburg. Jetzt sind wir angekommen und ich zeige euch jetzt mal kurz, wer alles dabei ist. Let's go! So, dann haben wir hier unseren Star-Einkauf. Den haben wir heute als Merchandiser verpflichtet. Der Toni. Ist dir gut? Ich muss nur gerade ein Passwort merken, ich bin so schlecht. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Den kennt ihr, glaube ich. Das ist immer. Hallo! Hallo! Immer macht Fotos. Das ist Kira. Kira spielt Schlagzeug. Booth Jack. Booth Jack. Booth Jack. Fancy, Gitarre. Oh, hier guck mal, Babe. Was ist? Das ist unser Babe. Der macht uns laut. Ich mach laut. Der macht laut? Ja. Mach mal laut, bitte. Dann haben wir hier noch so zwei versteckte. Heiko, Ober-Oberkapitäl-Chef-Backliner. Dennis Backliner in Ausbildung. Darf ich auch mal das Kamerakind sein? Habe ich irgendjemand vergessen? Der Olli rennt noch irgendwo rum. Unser Manager ist noch irgendwo. Keine Ahnung. Habe ich sonst noch jemand vergessen? Also den, den ihr jetzt gerade nicht seht, hier hinter der Kamera. Das ist Marcel. Warte, ich zeig ihn euch. Hallo. Genau, das ist die Bühne. Ja, und das war's. Hier geht's los heute. Hey Chase, das ist was richtig Dämme passiert jetzt. Wir haben Dennis vergessen. Das ist Dennis. Hallo, ich bin Dennis. Dennis ist für mich persönlich der schönste Mann in unserer Crew. Nach Matze. Wir. Nach Olli, Heiko. Also eigentlich der hesslichste. Nach Luki. Okay, ich bin der hesslichste. Nach mir. Also und dann auch noch, ähm, wie heißt dieser Dude mit diesem hängenden Auge? Karl Dall. Nach Karl Dall ist er eigentlich der schönste auf der Welt. Das freut mich sehr. Ich bin sehr geschmeichert von einem netten Kompliment. Du stehst heute im Dunkeln. Weißt du, wo Olli ist? Nee, keine Ahnung. Das ist Olli. Wer? Olli macht Management. Und auch wenn's weh tut, schau nicht in die Ferne. Du bist einfach Schnecksinn. Einfach Schnecksinn. Ihr wisst, die sind technisch besser als wir. Ja, die spielen höher Klassik, aber wir holen das Ding über den Kampf. Ja. Peste Spieler kommen laut. Und im Unfall flexen wir mal einen weg. Ja. Okay? Keinen Durchkommen. Und dann stellen wir uns hinten rein. Dann Matze fängt den Ball ab und dann vor. Vor. Langer Ball. Kopfchen heben. Zack. Drin ist der. Okay? Ganz easy. Wenn wir 1-0 vorne liegen. Zurück drehen. Okay? Und dann holen wir das Ding über den Kampf. Laufen, 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 laufen. Oh je. Okay. Das sind doch lange. Alright. Einer für alle. Alle für einen. Ja. Luxemburg. Doch ich bin für dieses Leben geboren. Ich lebe alleine hier in Babylon. meiner Stadt auf grauen Stahlbeton. Ich hab mich in dir verloren. Brauch jede Nacht ein bisschen mehr davon. Die Hure tat vor tausend Spiegel. Doch ohne Selbstreflexion. Schmier mein Herzblut auf grauen Stahlbeton. Bitte. Anti-Ace. 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 Krass. Mega krass. Ich glaub ich hab 10 Sekunden überzogen oder so. Aber es sei mir vergönnt, glaub ich. Die Show war Wahnsinn. Meine Mom war einfach da in Luxemburg, Alter. Meine Mom ist in Luxemburg. Einfach so. Man sagt nix. Ich hab die gesehen mitten im Publikum. Ich hab das geheult, ey. Das kann die da nicht machen. Ich hab die Zittern. Ganz alleine hier in Babylon. Meiner Stadt aus grauen Stahlbeton. Ich hab mich in mir verloren. Auf jede Nacht ein bisschen mehr davon. Die Hure tat vor tausend Spiegel. Geil, oder? Wahnsinn! Ja, Mann! Das Bier knallt. Richtig. Ja, Luxemburg. Das Bier knallt richtig. Ja, Luxemburg. Was wollte ich mal nur so sagen? Ich hab zwar keine Ahnung, wie viel Prozent es hat. Also mir wär's am liebsten, wenn ich in den Moment ausfällt. Bäh! Schnell reagieren kann. Bäh! 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 Bäh!